Was kommt mir denn da schon so schön entgegen? Hallo Micky Maus. Und Micky Maus 2? Dir auch einen guten Morgen. Hallo, hallo. Der Tag fängt jetzt an. Ja, jetzt fängt er so richtig an, ne? Das ist heute Nacht, habt ihr alles nur geträumt. Ja, ja, ja. Gut. Ja, du kannst gleich. Geht gleich ruhig. So, kleiner Kaputtnipp. Bist du ein Fabrik-Flo heute Morgen wieder her und hältst es kaum noch aus? Erst essen, dann sauber machen, meinst du? Guck mal, dein Gesicht muss mal vorher sauber machen. Ih, du bist ein schmaler Gesicht. Jetzt bist du ganz still, ne? Gut. Gesicht waschen, Frühstück essen. Auf geht's. So, Schnuckibutz. Erster Hunger ist still, ja? Jetzt mach ich noch die anderen. Dann können wir noch ein bisschen Krabbelspiel machen. Ja, erstmal müssen jetzt noch die anderen. Ja, 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 ja. So, bin gleich wieder bei dir. So, Lille. Mickey-Maus-Patient Nummer 2. Hm? Oh, Schatzilein. Mach ein bisschen die Augen auf. Komm, fang auf mit uns den Tag an. Hm? Hm? Hier schaut's bei dir da hinten so aus. Guck mal, wie er erstmal Popo waschen, ne? Hm? Ah, jetzt bist du ein bisschen wach. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Erde ein Patient. Hm? 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 Okay. Ich mach dich erstmal auf. So, mein kleiner Schatz. Hm? 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 Ich sehe schon nicht so toll deine Welt gerade, ne? Ja. Wir machen erstmal wieder schön kuschelig. Und dann gucken wir mal, ob du heute einen Termin kriegst, ne? Gehst du mal zum Doktor? Ja. So, wo ist Kuschel? Da ist Kuschel. Alles gut. Ja. Entspann dich wieder ein bisschen, ne? Wir machen auch noch mal ein bisschen dunkler bei dir. Ja. So, dir auch einen guten Morgen. Oh, ich seh da schon was. Ich seh da schon was. Geht gleich los. So, du kleiner Mini-Schatz. Darf ich dich da mal erstmal rausfummeln? Hm? Hm? Vielleicht dein Glitze bisschen da hinten sauber machen? Und dann kriegst du auch Frühstück. Jawolli. Geht los. So, kleiner Babybär. Hm? Ein bisschen fitter könntest du sein, finde ich. Hallo, hallo? Erde ein Babybär? Hm? Na komm. Kriegst du erstmal auch dein Frühstück. Toll machst du das. Ja mal. Dann, noch ein Stückchen. No, noch ein Stückchen. Prima. okay nicht hier schlappi machen schlappi machen haben wir nicht vereinbar schlappi machen